Ich werde euch jetzt gleich einiges über das kommende Wunderland zeigen. Jetzt erst mal deine Tasse. Ja, boah. Oh mein Gott. Also, wir machen jetzt mal alle, damit ich mir entscheiden kann, in welche Richtung ich die rausgebe. Meine Ahnung. Und ich würde sagen, wir spalten einfach mal hier die Masse in zwei Hälften. Und ich würde sagen, ihr fangt an, und zwar jetzt. Okay, das war auch ganz ordentlich. Und jetzt seid ihr, oh, hier drüben sind ja mehr Leute. Okay, aber ihr seid trotzdem dran. Und zwar. Ja, ich würde sagen, tut mir leid. Was ist das? 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 Ja. Das ist doch mit. Okay, es geht wieder um diese Buh. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst, denn die Regeln sind nicht ganz zu schwer. Natürlich da. Ich gehe los. Schmick, schnack, schnurr. Und verloren. Manche behaupten zwar auch, dass der Kugel nicht reicht, aber ich glaube, in diesem Fall hast du das gut gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Also, der dritte Versuchte 2009. Absuch von in Köln und der Summe steht auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017